Meine Lieben, komm doch mal raus, ich bin zufrieden mit dir. Ja, schön, schön. Ich lege mich an, wie wir anfühlen. Gut. Ich habe ein bisschen gestalten. Nein, aber du kannst es zu früh gestalten. Dann hältst du es zusammen. Ja, das ist mir bewusst. Ich kann nicht... Der Rahm wird angekommen. Der Rahm wird angekommen. Es geht nachher auch etwas weniger auf. Es geht nachher auch etwas fett sein. Also weißt du, wie wir anfühlen, wie wir zusammengehen. Dann haben wir Zucker wieder. Das ist eben ein Schwerm. Das ist eben... Genau. Der mit dem Berengosch ist nochmals ein Fall für sich. Oder den wir sehen.